Unfassbar. Zwischen all der Korruption habe ich die Antworten gefunden, warum wir immer noch am Leben sind. Die Welt existiert wegen den Heiligen, wegen dem kleinen Prinzen, wegen David. Hi. Du hast es geschafft. Du sie verholtest. Ich weiß, dass du viele Fragen unerwassenstätigst hast, aber die Sprache sind die Gründe für Verstände. Ja. Inside, da ist ein speziell Toil, ich habe für dich getroffen, die Kunde zu unseren kleinen Schiff. David hat mir ein Relikt gegeben wäre die Antwort auf alle meine Fragen da drin würde er sich zeigen ok, da ist jetzt zu ok das heißt ich darf nicht es nicht kaputt machen ok, ich hab Kerzen Bretter äh, äh, Wax Wax, Federn, Holz und Seile 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 wo komm ich wo komm ich Seile her ich brauch Seile oder ein Seil Alter, what the fuck this is not real what am I doing here der Teufel kann sich sogar Aspekte eines Engels klauen äh, trotz allem war ich entschlossen in meinem, äh war ich entschlossen das arme Kind zu finden this is the last world we will ever visit goodbye my friend goodbye my friend scharfe heilige po scharfe po po hi 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 star killer lischen und dankeschön und bis später hallo 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 hi okay okay Gehnöpastig, Pärin. Le-am vedet noi copilul la Orfelina, dar l-am iubit. Până la urmă, eu l-am năsut. Niste oameni fără mine l-au adoptat. Niste ucigași. Dacă i-aș întâlni, le-aș smulge inima din piept cu propriile mele mâini. Da, cu propriile mele mâini. Și apoi le-aș vrâă pe gât. Ucigașii, ucigașii, ucigașii. Arză iar focul iadului să-i arză. Ucigașii, mă brânisom. David, dragul mă, mă, David. Mi-a făcut, vă-as. Copilul meu. Părinte, părinte, nu ne lăsa. Avem nevoie de preot la înmormântarea copilului nostru. Așută-ne. David. David. Ich frage mich halt auch, wie weit sind wir vom Ende entfernt? Irgendwie kommt's mir so vor, als wären wir kurz vor dem Ende. Bei jetzt die Beerdigung von David? Was fehlt noch? Irgendetwas fehlt noch. Na, Rosa? Nein. Irgendwas hiervon? Ein paar Steine im Glas. I don't know. Ich muss bei der Beerdigung helfen. Aber, was muss ich ihm denn jetzt noch geben? Ich muss ihm ja noch irgendwas geben, ne? I don't know. Nägel. Okay. Unten. Die Ecke. Das. Äh. Äh. Nee. Nee. Das muss da ran. Das muss da ran. Okay. So. Dann haben wir hier irgendwie wie oder auch nicht. Ja. Noch nicht so ganz. Aber das kann ich schon zusammenfügen. Na, alles hier ein bisschen weiter runter machen. So. Jetzt brauche ich den Kopf. Äh. Da. Okay. Haben's. Das haben wir schon. Wir brauchen. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Nägel. Ein Hammer. Eine Säge. Hi, Eule. Wir brauchen Bredders. Da stehen sie. Bredders. Okay, den Rest haben wir. David. Let us take the Son to his Father. Wir brauchen Bredders. Wir brauchen Bredders. Wir brauchen Bredders. This is the path towards heaven, and there's no way back. I've never done this before. I've never buried a child, let alone mine. There must be a book to help me. I will give back your heart. Is there anything else? I will give back your heart. 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 Oh, okay. I will give back your heart. I will give back your heart. You shall sprinkle me with hyssop, and I shall be clean. You shall wash me, and I shall be whiter than snow. I will give back your heart. The earth is the earth's, and the fullness thereof, the world and all that dwell therein. You are dust, and to dust you will return. I will give back your heart. 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 The earth is the one with BMK? The earth is the same. You are dusting off. The earth is the same. It's okay, but was enough? God knows it. Mein Herz fühlte sich zerrissen an. Das ist, wie er beerdigt werden wollte. Umgeben von den Leuten, die ihn liebten. Schau, Angel, schön, dass du da warst. So, und jetzt geht es auf. Was? Ich habe fast meine Fassung verloren. All das für ein Spielzeug? Ja, aber was kommt denn jetzt noch? The fuck? I will come down once you've called the other seven children. They want to witness this special moment. I'm sorry, David. I didn't find all the icons. What use would they have been anyway? None. Ja, ich habe nicht alle Bilder gefunden. Ja, ich habe nicht alle Bilder gefunden. Ich habe vielleicht nicht alles. Ja, ich habe nicht alle Bilder gefunden. Äh... Ja, sorry, ich hab nicht alle gefunden. Und jetzt? Hier leuchtet ja sonst keiner auf. Muss ich ihn vielleicht einmal anleuchten? So, I'm very sorry, aber... Ah, warte. Ah, okay. Das hab ich nicht gesehen. Dann ist alles okay. Okay. Oder was brauche ich jetzt? Da. Na ja, eigentlich ja nicht, ne? Aber ist okay. Okay. Die kleinen Gestalten tanzen oben. Ja. Sind ja hier die sieben... Die sieben Kinder, ne? Huh? Äh... Da. Warum fühle ich mich glücklich, wenn ich meine Augen auf dich aufzunehmen? Warum fühle ich dieses... das... das... brennend? Warum fühle ich... hate? Ich habe ihn enttäuscht. Er ist in diese Welt gekommen, um mich in das Licht zu leiten, und ich... ich. Also ganz ehrlich, jetzt ist David begraben. Ich weiß jetzt nicht, wo die Geschichte jetzt noch hinführen soll. Wir sind jetzt bei drei Stunden. Ich bin wirklich gespannt. Der Bambus ist weg. Wait! David? David? Are you there? I must live tonight. Wait! Is it for David? David? Why do I draw my eyes so quickly? It doesn't even resemble me. Okay. Das ist der Brief, den wir am Anfang hatten, ne? Huch! Ich bin rausgetappt. La 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 la! Children, I don't know how to drink coffee. Ja und? Ist grad jemand da? Nimm den Schluck, Junge. Schön, wie der Sound da einfach aufhört. Oh, jetzt gucken mich alle an. Hallo! Oh! Bin ja gar nicht da. Ah ok. Hier, Ais! Ja bitte, hab ich das. Ah, ok. they never understood you can all visit me in my world whenever you want if you come at any time i shall never know what hour my heart is to greet you so i'll always be ready to rise rise into the sky to eternity and beyond please don't die please my child this will be on your secret that means we have our own child how could god allow this to happen how in my indescribable grief deep within my tormented soul i searched for a way to keep him with me i never wanted to know his fragile body returning to dust i wanted to hold him in my arms for eternity but i knew it would be impossible i had to find a way of keeping him with me but how it was then that i had the idea alexandra couldn't stand the sight of it she killed herself in a moment of despair i kept his body in a bathtub filled with ice as i hold you i feel the shadow of death wrapping itself around me i have lost my faith i have sinned for i have betrayed innocent blood i have a und Priester bist! Im Prinzip handelt das Spiel davon, dass wir unsere eigenen Dämonen bekämpfen müssen in der Hinsicht, dass die Schuld uns auffrisst, dass wir unseren eigenen Sohn getötet haben. Es ist ihm niemals rausgekommen. Er ist quasi einfach nur verschwunden. Und mit der Schuld konnten wir nicht mehr leben, weil alle uns Kindermörder genannt haben, dass wir uns einfach selbst umgebracht haben.